So, jetzt gehe ich mal zu den Herrn Bröher, der soll mir jetzt mal, ja, Vertrieb erklären, das, was er jeden Tag hier so macht. Herr Bröher, Vertrieb erklären? Neunfittengewinnung? Ja, machen Sie mal. Ja, komm, pass auf, zeige ich mir. Wie viel Zeit haben wir denn? Fünf Minuten, Herr Bröher, in fünf Minuten. So, dann müssen Sie jetzt dieses Buch lesen und dann müssen... Ja, ganz viele Bücher lesen. Und dann klappt das schon. Also, die größte Herausforderung, die größte Herausforderung bei der systematischen Neukundengewinnung, als die Leute fragen, Bröher, was bist du überhaupt für einer, ja? Und dann sage ich mir, ich bin Coach, ich bin derjenige, der schaut, was kannst du besonders gut und dann fördere ich dich und fordere dich. Aber die Secret Sauce als Coach ist, dass Erfolge müssen messbar sein, ja? Das nützt ja nichts, wenn du zu jemandem sagst, pass auf, mach mal ein paar Anrufe oder geh mal in den Sportschuh und nimm ein paar Kilo ab, das muss messbar sein. Und alle Mentis, die ich habe, bei Ihnen war es, glaube ich, weil ich weiß gar nicht, Frau Schauer, ob es bei Ihnen auch so war, es nützt nichts. Doch, ich habe Ihnen von Anfang an den Klicker gegeben, richtig? Ja, genau, habe ich gemacht. Also, die Erfolge, das, was man macht, müssen messbar sein. Beispiel. Ich meine, jeder, jeder, jeder Dödel malt einen Funnel auf. Aber, das Interessante bei meinem Funnel ist, Sie wissen, was ein Funnel ist, ich soll es Ihnen ja jetzt erklären. Das, was man pro Tag tut, muss messbar sein. Also, nochmal, es nützt nichts, wenn ich dir erkläre und ich sage, hey, ruf doch mal ein paar Kunden an, mach mal ein paar Social Pitche, ja, hau mal ein paar E-Mail was. So, es muss messbar sein. Ich habe früher, warum ich, warum ich eben mich selbst als, als wunderbaren Coach empfinde, ist, ich habe mir früher schon die Frage gestellt, wie kriege ich in der kurzen Lebenszeit, also, ich habe immer Antworten gesucht, wie kriege ich in der kurzen Lebenszeit meine Erfolge hin? Wie schaffe ich es, alle Länder dieser Welt zu bereisen? Und da ist mir damals schlagartig eingefallen, guck mal, selbst die USA sind 50 Staaten und wenn ich einen Job habe, in dem ich nur einen großen Urlaub im Jahr habe und einen Staat bereisen will, weil ich den intensiv kennenlernen will, dann müsste ich ja 50 Jahre, wäre ich ja schon unterwegs. Also habe ich gerechnet, ich habe mir immer überlegt, Mensch, was muss ich für meinen Erfolg tun? Wie bekomme ich das? Wie bekomme ich das Haus, das Auto? Wie bekomme ich diesen Erfolg? Und dann gibt es da einen Preis. Und dann habe ich überlegt, okay, wie komme ich da hin? Wie kann ich das machen? Wie kann ich Kunden gewinnen? Wie kann ich besser werden? Ich habe Bücher gelesen, habe mir Fragen gestellt, habe immer nach Antworten gesucht. Und mein Fallmanagement, ja, das ist schon fast 30 Jahre alt, aber basiert eben auf messbaren Erfolgen. Also, pro Tag, pro Tag, und das ist das Schwierige an unserer Rüber, aber wenn du Erfolg willst, ist das Schwierige eben zu sagen, ich mache es auch, ich will es auch. Guck mal, wie viele Leute haben ein Sportstudio-Abo und gehen nicht hin? Ja, wenn jeder ins Sportstudio gehen würde, die würden ja auseinanderbrechen, das heißt, die leben ja auch davon, dass die Leute eben nicht hingehen. Ja, wie viele Leute wollen gerne Neukunden gewinnen? Wie viele Leute wollen Erfolg, ein neues Auto, ein neues Haus, wollen aber nicht den Weg gehen? Ja, also jeder will Muskeln haben, aber keiner will trainieren. Jeder will Erfolg haben, aber keiner will was dafür tun. Das liegt daran, dass du musst ein bisschen deine Rüber trainieren, wie ein Muskel. Du musst deiner Rüber sagen, die Neukundengewinnung, die systematische Neukundengewinnung, das macht Spaß und es muss in deinen Tag eingebaut werden. Es darf nicht irgendwas Störendes sein. Wie schaffst du das? Das schaffst du dadurch, indem du jeden Tag dich mit der systematischen Neukundenengewinnung beschäftigst. Ich sage dir, wie schwierig das ist. Ich bin keinem Sitzen, seit 50 Jahren, aus vielerlei Gründen. Und wenn jetzt, Sie lachen, Sie wussten das aber, oder? Nicht? Und wenn jetzt einer kommen würde und versucht, das umzuerziehen und sagt, ja, aber er muss im Stehen machen und wie immer, ich würde es nicht tun. Es ist so in meiner Rüber verankert. Das Gleiche schaffst du aber auch mit der systematischen Neukundengewinnung, okay? Da brauchst du keine Bücher für, sondern du musst das tun. Also, für Amateure, für Newcomer in Sales, für Newcomer in Sales im B2B-Bereich erklärungsbedürftige Dienstleistung ist die Regel, du musst 150 Pitcher, Pings, Kontakte in dein Funnel packen. 150. Das sind keine Cold Codes, das ist eine Mischung aus allem. Das ist eine Mischung aus Social, das ist eine Mischung aus E-Mail, das ist eine Mischung aus Cold Codes, also Hotknocking, was auch. 150. Warum 150? Weil der erste Filter ist, du wirst ganz schnell feststellen, aus den 150 werden ganz schnell 75. Weil die antworten nicht, der legt auf, der hat keinen Bock, keine Zeit, kein Geld, kein Interesse. Aus den 75 führst du, das sind die, mit denen du erste Kontakte hast, erste Gespräche. Daraus ergibt sich eine Wiedervorlage von 30 werthaltigen Gesprächen. Aus den 30 werthaltigen Gesprächen, wo du wirklich Face-to-Face, Zoom, Skype, wo du wirklich mit jemandem sprichst, daraus ergeben sich weitere 15 warme Leads. Da redet ihr schon über Konditionen, über Lösungen und lacht wahrscheinlich gemeinsam zusammen. Und von den 15 sagen aber einige, ja, pass auf Frau Schauer, diese Woche nicht, dieses Quartal nicht, aber bald. Aber circa sieben sagen, mach mir ein Angebot. Und aus den sieben, sagt Adam Riese, sagt die Statistik, ergibt sich ein Erfolg. Einmal kannst du aus diesen 150 eine Rechnung schreien. Dann ist fast schon die ganze Wahrheit. Jetzt nochmal das Thema Messbarkeit. Wo ist eigentlich das kleinste CRM der Welt? Wo ist das? Wo ist unser Clicker? Ach komm, schnell, die müssen wir noch einmal holen. Ich habe immer welche zum Verschenken dabei. So, wie misst man diese 150? Indem du das auf 0 stellst. Und dann eben anfängst, deine Kontakte zu machen. Nochmal, Call, Call, Social, E-Mails, ja, zack, 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 zack. Und daraus ergeben sich, wie gesagt, nachher 15 saubere Wiedervorlagen, 15 Menschen, die ein Angebot haben, sieben Angebote zu einem wiederholbaren Erfolg. Das ist fast schon die ganze Bereich, was gute Führungskräfte oder gute Sales leider vergessen, die sagen, ja, okay, mache ich 150, machen die vielleicht in zwei Wochen. Nein, die 150, die 150 musst du an einem Tag machen. Das heißt, du musst hier einmal, hier ist die Quantität, ja, und hier ist die Zeit. Und das hier ist in einem Tag, okay? Ja, ja, aber ich bin aber kein Callcenter, das kann ich nicht machen, das ist viel zu viel. Really? Ich meine, was hast du denn zu tun? Ich meine, hast du genug Kunden? Gut, dann brauchst du das nicht machen. Morgen zeige ich dir zum Beispiel ein Modell, das ist für Newcomer, für Amateure, die extrem viel Qualität noch durch Quantität ersetzen müssen, die noch keine richtigen, geilen Kommunikatoren-Cells sind, die müssen noch viel per Fleiß machen. Das ist viel Fleißarbeit, okay? Aber du hast doch eh nichts anderes zu tun. Du hast doch morgens aufgewacht, hast keinen Kunden. Was kann schon passieren? Abends bist du gewesen, fleißig gewesen, Zunge hat sich geschärft. Morgen zeige ich euch das Modell, was für Profis ist. Aber du musst das an einem Tag machen. Das Interessante dabei ist, deine Rübe lernt das, deine Rübe will den Schmerz nicht, deine Rübe will besser werden, du willst besser werden. Und nach einem Tag, nach einer Woche verändert sich hier schon der Quotient. Du wirst nicht mehr 150 zu 1 telefonieren, wirst du nicht mehr, ganz sicher nicht mehr. Aber ich schwöre dir, du musst, wenn du abnehmen willst, musst du deine Ernährung für eine lange Zeit umstellen. Wenn du zum Sitzpinkler, zum Stehpinkler werden, das dauert. Wenn du Muckis aufbauen willst, musst du viel und lange trainieren. Und dann kommst du in so ein Momentum, dann kriegst du das. Im Moment reden wir noch viel über Quantität. Aber nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, verändert sich dieser Quotient. Da wird eben aus Quantität, wird dann, was Frau Schauer? Qualität. Ja. Qualität. Du wirst viel, viel besser. Du hast die ganzen Geschichten gehört. Diese ganzen Ausreden, diese ganzen, ich melde mich, das hast du gehört. Und du wirst hier viel, viel schneller. Und vielleicht hast du nach vier Wochen, vielleicht hast du nach vier Wochen 50 zu 4. I don't know. I don't know. Aber am Anfang, am Anfang musst du noch mal ein bisschen schwitzen. Am Anfang tut das ein bisschen weh. Okay.